. . Wir drehen hier momentan Rico-Oskar und das Herzgebreche. In Dresden. Und ... Dresden und Leipzig, du Idiot. In Dresden. Da muss man die Außen aufmachen, wenn ich die Straße nenne. Dann ... Also fast in Dresden. Nicht fast in Leipzig drehen wir. Nee, fast. Egal. Auf jeden Fall macht es wieder total Spaß, mit dem Typ zusammenzudrehen. Das ist Arbeit. Das ist nicht Spaß. Das ist Arbeit. Wo ist denn da der Spaß? Der Einzige, der Spaß hat, ist du, wenn du rumrennst und laut bist. Wenn alle sagen, sei mal leise und der andere auch da. Der Erdnuckel. Genau das Gleiche. Es ist nur seine Rolle. Der ist gar nicht mehr so miese Paulig wie im ersten Teil. Das heißt miese Petrich, nicht miese Paulig. Sag ich doch. Nee, du hast miese Petrich gesagt. Ich hab miese Petrich gesagt, weil es so richtig ist. Damit du was lernst. Auf jeden Fall kommen wir wieder 2015 im Sommer in die Kinos. Und mit dem Rico Ausgang das Herzgebreche. Ja, und das ist auch ... Und mit ihm. Da ist auch was passiert bei mir in meinem Leben. Und das sieht euch überhaupt nichts an. Das ist schon ein Jahr nicht. Kinder. Ja. 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 Ja.